SpaceX Starship Start ab 5. Juni möglich. SpaceX gibt neue Infos zu Problemen auf dritten Starship-Flug. Starliner weiter am Boden. ESA benennt erste ISS-Flieger der neuen Astronautenklasse und wählt Unternehmen für zukünftiges Frachtversorgungsraumstil für die ISS aus. Die Rocket Factory Augsburg veröffentlicht Hotfire-Video ihrer Erststufe. Der Sierra Dream Chaser ist auf dem Weg nach Florida. Blue Origin testet New Glenn für Erstflug und nimmt den Crew-Flugbetrieb wieder auf, verliert dabei aber einen der Fallschirme. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu sehen, gleich startet dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Es wird nun wirklich wieder heiß. SpaceX bereitet sich auf den nächsten Testflug des Starships in den kommenden Tagen vor. Am 20. Mai führte SpaceX eine sogenannte Wet-Dress-Rehearsal, eine nasse Generalprobe durch. Dabei wurde die Rakete flugbereit mit treibstoffflüssiger Sauerstoffflüssiges Methan befüllt und eine Probe durchgeführt, also eine Startprobe, bis dann kurz vor Zündung der Triebwerke. Die Generalproben sind für gewöhnlich die letzten Meilensteine vor dem geplanten Start. Da die Gemeindeverwaltung von Cameron County, zu dem die Starbase gehört, weitere Straßensperrungen für die kommenden Tage angekündigt hat, wird aktuell davon ausgegangen, dass SpaceX die Wet-Dress-Rehearsal nächste Woche wiederholen möchte. Es gab nach der Wet-Dress-Rehearsal am Sonntag viele Arbeiten am OLM, dem Orbital Launch Mount. Und vielleicht haben sich hier Probleme gezeigt. Da hier nach dem dritten Start viel erneuert wurde, prüft man hier vielleicht noch einmal jedes Detail. Aktuell gehen wir von einem Starttermeme ab dem 5. Juni aus. Markiert euch schon mal grob den 5. bis zum 7. 6. jeweils von 14 bis 16 Uhr im Kalender. Ja, ich werde die nächsten Wochen wieder täglich Updates über die Community-Funktion hier auf YouTube, aber auch auf Insta und X posten. Also Abo und Glocke nicht vergessen. Die Links zu meinen weiteren Kanälen, die findet ihr unter dem Video. Zurück zum Startplatz. Ganz interessant, Schiff 29 ist noch nicht zur Produktionsstätte zurückgekehrt. Auch sind Kräne und Steiger um das Starship positioniert. Ich hatte letzte Woche ja schon berichtet, Hauptziel bei dem nächsten Start ist das Überstehen der maximalen Wiedereintrittshitze. Es liegt also nahe, dass der Hitzeschild besonders vor diesem Flug inspiziert werden soll. Zur Erinnerung beim vorherigen Testflug Nummer 3 am 14. März. Da zerbrach die Starship-Oberstufe beim atmosphärischen Wiedereintritt. Ja, ein wiederverwendbarer Hitzeschild ist wirklich eine ziemliche Herausforderung. Es gibt wirklich eine Handvoll Raumschiffe wie das Space Shuttle, die das wirklich hingekriegt haben. Bisschen Erbsenzählerei, aber weil der sowjetische Buran nur einmal ins All geflogen ist, hat er streng genommen kein wiederverwendbares Hitzeschild, zumindest das nicht demonstriert. Meine Technik-Episode, in der ich die Funktion des Starship-Hitzeschild-Materials erkläre, ist eines der beliebtesten Videos hier auf dem Kanal. Das verlinke ich euch unter dem Video. Hitzeschild für eine Oberstufe, warum? Ja klar, vollständige Wiederverwendung, das ist ja das erklärte Ziel von SpaceX. Ja und bei der vollständigen, verlässlichen, schnellen Wiederverwendung einer Orbitalrakete, da geht es halt um den heiligen Gral der Raketenentwicklung. Das betont auch immer wieder Elon Musk. Diese Woche hat er gepostet, es sei erwähnenswert, dass es noch niemandem gelungen ist, ein vollständiges, wiederverwendbares Hitzeschild zu bauen, was schnell wiederverwendbar wäre. Das Shuttle benötigte mehr als sechs Monate Nacharbeit, laut Elon Musk. Das ist so übrigens nicht korrekt. Die kürzeste Wiederflugdauer betrug 54 Tage. Dies geschah mit der Raumfähre Atlantis zwischen den Missionen STS-51J und STS-61B im Jahr 85. Ich habe aber auf die Schnelle noch 14 weitere Shuttle-Flüge gefunden, bei denen ein Orbiter nicht länger als 100 Tage zwischen zwei Starts hatte. Ja, nach 14 toten Astronauten hat das Space Shuttle nicht den besten Ruf, aber das war schon eine ziemlich beeindruckende Maschine. Es gab diese Woche auch ein Update zum vorherigen dritten Flug des Starships am 14. März. Das war nach einem doch eher unglücklichen ersten Flug, der zweite erfolgreiche Flug des Super Heavy Boosters mit erfolgreicher heißen Stufentrennung. Weil auch der Boostback, an dem der zweite Flug noch gescheitert war, funktioniert hat. Auch die Starship-Oberstufe erreichte auf dem dritten Flug den Brennschluss, womit es zum ersten Starship wurde, das es bisher geschafft hatte. Aber zurück zum Booster. Nach der heißen Stufentrennung leitete der Super Heavy Booster ein Boostback-Burn ein, bei dem die inneren 13 der 33 Raptor-Triebwerke aktiviert wurden, um die Flugbahn in Richtung der Startplatz zurückzudrehen. Alle 13 Triebwerke liefen erfolgreich, bis sechs von ihnen unvorhergesehen ausgingen, was zu einer vorzelligen, aber laut SpaceX harmlosen Abschaltung des Boostback-Burns führte. Der Booster setzte dann seine ballistische Flugbahn fort und versuchte seinen Landing-Burn, bei dem die gleichen 13 Triebwerke wie beim Boostback eigentlich verwendet werden sollten, um dann die Rakete vor einer weichen Wasserlandung abzubremsen. Da die sechs Triebwerke, die früh abgeschaltet wurden beim Boostback, nicht wieder hochgefahren werden konnten, waren nur sieben Triebwerke einsatzbereit, von denen dann sogar nur zwei erfolgreich zündeten. So hat dann der Booster eine geringere Schubkraft gehabt als eigentlich erwartet und der Kontakt, der ging dann knapp unter 500 Metern Höhe über dem Golf von Mexiko verloren. Also gab es dann einen harten Einschlag. Die wahrscheinlichste Ursache für das frühzeitige Abschalten von Raptor-Triebwerken beim Boostback-Burn war so zu SpaceX zumindest wieder eine Verstopfung der Filter, die den flüssigen Sauerstoff zu den Triebwerken leiten. So soll es dann zu einem Druckabfall in den Sauerstoff-Turbopumpen gekommen sein. SpaceX hatte ja schon Hardwareänderungen vor Flug 3 vorgenommen, um dieses Problem zu mindern, was bereits bei Flug 2 ja zu einem Verlust des Boosters kurz nach der Stufentrennung geführt hatte. Auf zukünftigen Flügen werden zusätzliche Hardwareverbesserungen in den Sauerstoff-Tanks vorgenommen, um die Treibstofffiltrierung zu verbessern. Auch ganz spannend, dass es jetzt eine offizielle Bestätigung von SpaceX zum Verlust des Reaktionskontrollsystems der Oberstufe gab. Laut SpaceX kam es bereits einige Minuten nach Beginn der Freiflugphase zu einem Verlust über die Kontrolle der Starship-Ausrichtung. Starship flog weiterhin auf seiner nominalen Flugbahn, klar, es ist eine ballistische Freiflugbahn, aber aufgrund des Kontrollverlustes wurde ein vorgeplanter Befehl ausgelöst, um den geplanten Neustart eines einzelnen Raptor-Triebwerks im Orbit zu überspringen. Genau das ist aber ja wichtig, damit Starship kontrolliert wieder eintreten kann und das sollte halt getestet werden. Ja, was auf dieser suborbitalen Flugbahn aber dann kein großes Sicherheitsproblem darstellte, weil man halt ballistisch da runterkam, wo man theoretisch runterkommen wollte. Ja, wir waren live dabei, als Starship seinen ersten Wiedereintritt aus dem Weltraum erlebte. Laut SpaceX hat das wertvolle Daten über die Erwärmung und Steuerung des Fahrzeugs während des hypersonischen Wiedereintritts geliefert. Der vorherige Kontrollverlust, der führte aber zu einem atypischen Eintritt mit größerer Erwärmung als erwartet. Hochauflösende Live-Ansichten vom Eintritt und eine beträchtliche Menge an Telemetrie wurden ja in Echtzeit übertragen. Ich bin mir sogar sicher, dass es da noch mehr Kameraeinstellungen gab, als die, die wir gesehen haben. Ja, der Flugtest, der endete, als die Telemetrie in etwa 65 Kilometern Höhe rund 49 Minuten nach Missionsbeginn verloren ging. Als Erklärung für den Verlust des Reaktionskontrollsystems führte SpaceX an, ja, die wahrscheinlichste Ursache für den unkontrollierten Drehimpuls war eine Verstopfung der Ventile, die für die Rollkontrolle verantwortlich sind. SpaceX hatte zusätzliche Rollkontrolltriebwerke an den nun folgenden Starships angebracht, um die Redundanz der Lagerregelung zu verbessern und Hardware-Upgrades vorgenommen, um die Widerstandsfähigkeit gegen solche Blockaden zu erhöhen. Ein weiterer wichtiger Hinweis, während des Fluges wurden, so SpaceX, keine automatischen Sicherheitssysteme ausgelöst und keine Trümmer fielen außerhalb der definierten Gefahrenzone. Und das ist auch deshalb wichtig für die nächste Startlizenz. Nach einer FAA-Feststellung, dass keine Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit bestehen, kann jetzt eine Lizenzänderung für den nächsten Flug erteilt werden. Aber natürlich hat man trotzdem viel gelernt und das soll dann auf dem Folgeflug, also auf dem jetzt kommenden vierten Flug, besser werden. Upgrades aus dem dritten Flugtest werden beim nächsten Starship dann in Flug 4 implementiert. SpaceX will sich auf dem vierten Flug insbesondere auf die Rückkehr und Wiederverwendung von Starship und Super Heavy konzentrieren. Dafür seien zahlreiche Hardware- und Softwareverbesserungen sowie betriebliche Änderungen vorgenommen worden. Das betrifft zum Beispiel auch den Abwurf des Hot-Staging-Adapters nach dem Boost-Back, um die Booster-Masse für die Endphase des Fluges zu reduzieren. Dann hoffen wir mal, dass es auf Flug 4, ist ja eine Unglückszahl im asiatischen Raum, besser läuft in der Starbase. Das bringt uns zur Starbase. Ich finde die Infos von der ehemaligen NASA-Chefin für das kommerzielle Raumfahrtprogramm, Kathy Lüders, die jetzt die Starbase für SpaceX leitet, spannen. Lüders sagte, mehr als 3000 Menschen, einschließlich SpaceX-Mitarbeitern und Auftragnehmern, arbeiten täglich in der Starbase. Ja, und SpaceX, die hätten Milliarden in die Starbase investiert. Seit dem Spatenstich 2014 sollen über 3 Milliarden Dollar in die Infrastruktur der Starbase geflossen sein. Aktuell werden von SpaceX jährlich über eine Milliarde Dollar in die Starbase und andere SpaceX-Anlagen in Texas investiert. Dank NASA Spaceflight und Whataboutit können wir den Bau der neuen großen Produktionsanlagen Starfactory gut nachvollziehen. Laut Casey Lüders soll die Starfactory noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Die Fabrik soll dafür ausgelegt sein, jede Woche ein Starship zu produzieren. Wofür braucht man so viele Raketen, vor allem, wenn es die mit Abstand größte ist, die je gebaut wurde? Ja, klar, Elon Musk will zum Mars. Dazu gab es diese Woche auch einen Post. SpaceX könnte noch in diesem Jahr mehr als 90% der gesamten weltweiten Nutzlast in den Orbit bringen. Und sobald Starship mit hoher Startrate startet, werden es dann wahrscheinlich sogar über 99% sein. Das muss laut Elon Musk so sein, sonst könnten sie keine Stadt auf dem Mars oder eine Basis auf dem Mond bauen. Und den obligatorischen Seitenhieb für die Raumfahrtbranche gab es dann natürlich auch. Elon Musk sagte, SpaceX melde fast keine Patente an und so halte man die Konkurrenz nicht davon ab, das gleiche zu tun wie SpaceX. Naja, was meint denn ihr? Warum dominiert SpaceX die Raumfahrt? Können die anderen nicht oder wollen die anderen nicht? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Der Satelliten-Internet-Service Starlink ist ja ein weiteres sehr umstrittenes Megaprojekt von Elon Musk. Um das grob einzuatmen, würde ich sagen, ja, die deutsche Berichterstattung, die ging los mit, ja, das wird nicht funktionieren bzw. kein Geld einbringen. Und dann war es, ja, das stört den Nachthimmel und die Astronomie. Mittlerweile sollte der Vorteil für Millionen von Kunden, die Hilfe in Krisenfällen, die taktische Dimension und die Notwendigkeit für unzählige weltumspannende IoT-Dienste allgemein bekannt sein. Jetzt zeigt sich die Berichterstattung eher besorgt über die Machtfülle, die Elon Musk mit Starlink angesammelt hat. Ja, de facto hat Starlink nun mehr als drei Millionen Kunden in über 100 Ländern. Aktuell fiel in der Presse die illegale Nutzung von Starlink durch das russische Militär. Laut SpaceNews.com arbeitet das Pentagon eng mit SpaceX zusammen, um Starlink-Internet-Terminals zu identifizieren und abzuschalten, die russische Truppen illegal für die Invasion in der Ukraine besorgt haben. Während einer Anhörung des strategischen Streitkräfte-Untersuchungsausschusses des US-Senats am 21. Mai äußerte Senatorin Elizabeth Warren ihre Besorgnis darüber, dass russische Truppen trotz umfassender US-Sanktionen Starlink-Terminals in den besetzten Gebieten in der Ukraine nutzen. John Hill, der stellvertretende Raumfahrtschef des Pentagons, betonte, dass SpaceX mehr als kooperativ und proaktiv bei der Identifizierung und Abschaltung dieser Terminals sei. Ja, die Nutzung von Starlink durch die russischen Truppen, die stelle eine ernsthafte Bedrohung für die Ukraine dar. Auf der anderen Seite wird über gezielte russische Störmaßnahmen des Starlink-Dienstes berichtet, von denen insbesondere die Drohnenstreitkräfte der Ukraine betroffen seien. Auch wenn das auf der Karte nicht direkt offensichtlich ist, Nachbarland von Russland durch die Exklave-Oblast Kaliningrad ist Litauen. Litauen hat diese Woche als 40. Land das Atemesabkommen der NASA unterzeichnet. Und auch die ersten Elemente der Mondraumstation Gateway, das Energie- und Antriebselement PPE und das Lebensraum- und Logistikmodul Halo beginnen jetzt mit der Systemintegration im Kennedy Space Center. Noch gibt es nur einen groben Starttermin, aber damit einer Falcon Heavy von SpaceX gestartet wird, sind hier eher taktische Probleme mit dem Rest des Artemis-Programms zu befürchten, als Probleme mit der Start-Hardware. Ganz anders beim SLS, auch wenn bei Artemis 2, also der erste Crewflug im Programm, aktuell eher Orion das Problem ist als das SLS, ist die SLS-Logistik extrem aufwendig und kostspielig. Nach einer Schätzung des NASA-Generalinspektors werden die ersten vier SLS Orion-Staats jeweils 4,2 Milliarden Dollar kosten. Jeweils. Und das, obwohl Orion mal ausgenommen jetzt das SLS aus alter Shuttle-Hardware besteht. Aber von den Kosten mal abgesehen, manchmal kann ja ein bisschen Retro-Charme auch total schick sein. Ich bin gerade am Umziehen und mache eine Altbau-Wohnung schick. Zum Glück hatte ich direkt schon einen Teufel-Lautsprecher für meinen Wunschklang im Ohr. Ich habe noch nie einen besseren aktiven Regal-Lautsprecher gehört. Aber ich habe mich auch ein bisschen in die Stereo M2-Optik verknallt. Die super schicken Teufel Stereo M2, die klingen riesig und sind dabei wunderbar kompakt und vor allem bis auf die Stromzufuhr komplett kabellos. Das war für meine Wohnung ideal, so musste ich keine Kabel ziehen. Dazu sind sie nach dem WLAN-Setup Easy per Airplay 2 oder Chromecast aus jeder Musik-Streaming-App anspielbar. Bluetooth geht natürlich auch, wenn mal einer meiner Gäste was von seinem Handy abspielen will. Auspacken, in die Steckdose stecken und grandiosen Sound genießen. Die beiden Klasse-D-Endstufen, die sind perfekt auf die Töne abgestimmt. So klingen die Stereo M2 exakt so, wie die Entwickler in Berlin sich den Klang vorgestellt haben. Das Drei-Wege-System mit koaxialem Chassis, das verschmilzt Hochtöner und Mitten als Punktschallquelle. Das sorgt dann für beispiellose Räumlichkeit. Der Langhub-Wog-Tieftöner aus Kevlar, der garantiert dann griffige Mitten- und Abgrundtiefe Bässe. Ja, und wenn du die Boxen für die Grillparty raus auf die Terrasse stellst, liefern die jeweils 100 Watt genügend Saft, damit bei Schalldruckpegeln von bis zu 109 Dezibel auch Tanzstimmung aufkommt. Oder für die Fußball-AM, da spielst du dir den TV-Ton direkt auf die Boxen für Stadionsound so laut wie live. Ja, jede spannende Minute mit einer Klangqualität, die dich mitten ins Geschehen versetzt. Da kannst du jeden Lattentreffer spüren. Große Empfehlung für die Stereo M2, meiner Meinung nach die besten aktiven Streaming-Regallautsprecher auf dem Markt. Mehr Infos mit meinem Link in der Videobeschreibung. Die NASA und Boeing haben den Start des ersten Crew-Testflugs des Starliners erneut verschoben. Ein Helium-Leg im Antriebssystem des Raumfahrzeugs erforderte ja weitere Untersuchungen. Das Helium-Leg, das erstmals am 14. Mai entdeckt wurde, das befindet sich an einem Flansch in einem der Triebwerke des Service-Moduls. Trotz der Stabilität des LEX haben die Ingenieure Betriebsverfahren entwickelt, um sicherzustellen, dass das System während des Fluges ausreichend leistungsfähig ist und Redundanzen aufweist. Die NASA erweckt mehrere Optionen, darunter den Start des Raumfahrzeugs so wie es jetzt ist oder eine Rückführung der Kapsel zur Reparatur, was eine längere Verzögerung bedeuten könnte. Das früheste mögliche Startdatum, das wäre nun Samstag, der 1. Juni. Die Teams, die arbeiten nun auf eine Startmöglichkeit am Samstag, den 1. Juni hin mit einem Backup-Termin am Sonntag, 2. Juni, Mittwoch, 5. Juni und Donnerstag, 6. Juni. Das wird eine ziemlich spannende Raumfahrtwoche. Wir hatten ja gesagt, ab 5. Juni könnte Starships starten. Ja, der erste Crew-Flug mit neuem Raumschiff zur ISS, das nimmt man aber natürlich auch sehr gerne mit. Die frischgebackenen ESA-Astronauten Sophie Adénaud aus Frankreich und Raphael Légeux aus Belgien wurden für ihre ersten Raumflüge zur Internationalen Raumstation ausgewählt. Adénaud und Légeux wurden 2022 als ESA-Astronauten ausgewählt. Sie haben jetzt kürzlich ihre einjährige Grundausbildung der ESA abgeschlossen. Adénaud, eine französische Ingenieurin und Testpilotin und Légeux, ein belgischer Biomedizintechniker, die werden Langzeitmissionen zur ISS antreten, wobei Adénaud den ersten Flug derzeit für 2026 geplant übernehmen wird und dann Légeux folgen wird. Die ESA, die möchte, dass alle fünf neuen Astronauten und Astronautinnen bis 2030 zur Mission zur Internationalen Raumstation aufbrechen. Ja, es ist ja schon absehbar, ab 2030, dann wird die ISS außer Dienst gestellt und dann werden die kommerziellen Raumstationen übernehmen. Die US-Firma Vast hat neue Bilder ihres Raumstationsmoduls veröffentlicht. Als krasser Außenseiter in das Rennen der kommerziellen Raumstationen gestartet, machen zumindest die Bilder den Eindruck, dass hier extrem schnell Fortschritte gemacht werden. Letzter Stand für den Start der ersten Vast Haven Station ist 2025. Zur ISS und dann auch zu den kommerziellen Stationen soll auch der Dream Chaser als Frachtversorger aufbrechen. Noch ist der Erststart für Ende dieses Jahres geplant. Die Woche gab es schicke Bilder, die die Ankunft des Dream Chasers von Sierra Space im Kennedy Space Center in Florea zeigen. Starten wird der Dream Chaser auf der neuen Vulcan von ULA. ULA-CEO Tory Bruno hatte diese Woche viele Bilder von in Produktion befindlicher Vulcan-Raketen geteilt, die ich euch hier auch nicht vorenthalten will. Ich hatte letzte Woche ja darüber berichtet, dass das Pentagon etwas nervös wird, weil viele Nutzlasten für die nationale Sicherheit auf die neue Vulcan-Rakete gebucht sind, die aber noch in Produktions- und vor allem in Starthochlauf-Phase ist. Klar, auch die Vulcan ist in Zeiten von Teilwiederverwendung nicht mehr wettbewerbsfähig, aber hat natürlich ein komfortables Polster an Startverträgen in den Büchern. Ja, und das sollte ich hier vielleicht auch mal sagen, würde SpaceX und eine Falcon 9 nicht geben, würde die Ariane 6 neben H3 und Vulcan gar nicht so schlecht aussehen, auch wenn es bis auf die Wiederzündbarkeit der Oberstufe auf dem Papier eigentlich wirklich Verbesserungen zur Ariane 5 gibt. Aber ich zitiere mal Hans Königsmann aus meinem Interview, die Zeit der Wegwerfraketen, die ist jetzt langsam vorbei. Und ich zitiere noch einen Ex-Space-Exabülen-Altern auch bei mir im Interview, der sagte, es wäre besser etwas Neues aufzubauen, ein neues Unternehmen aufzubauen, als ein festgefahrenes Unternehmen ändern zu wollen. Ja, ein Lichtblick für den, ich sag mal, konservativen Old-Space-Entwicklungsansatz. Könnte die New Glenn von Blue Origin sein? Zwar immer noch nicht geflogen, gab es neue Bilder. Blue Origin führte erneut mit dem New Glenn Simulator eine Reihe an Integrations- und Bodentests durch. Die Tests, die umfassen laut Blue das Hochfahren von Pumpen, das Bedrücken des Hydrauliksystems und die Validierung der Bodensysteme. Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos, das will ja die New Glenn-Rakete dieses Jahr zum ersten Mal starten. Ja, die kommerzielle Frachtversorgung der ISS und dann auch die kommerzielle Crewversorgung der ISS. Das gilt ja als die größten NASA-Leistungen seit der Mondlandung. Frachtversorgung zur ISS. Am 22. Mai hat die ESA bekannt gegeben, dass sie Verträge im Wert von jeweils etwa 25 Millionen Euro an Thales Alenia Space und The Exploration Company vergeben hat für das Entwickeln von Frachtversorgung für die ISS. Die beiden Unternehmen, die werden ihre Konzepte für Frachtraumschiffe mit Wiedereintrittsfähigkeiten weiterentwickeln, die dann Fracht zur und von der internationalen Raumstation und später kommerziellen Raumstation transportieren sollen. Das neue ESA-Programm, das nach dem NASA-Vorbild Commercial Orbital Transportation Services gestaltet wurde, das wird Unterstützung für kommerziell entwickelte Fahrzeuge bieten, die Frachttransportdienste anbieten können und ähnlich der SpaceX Crew Dragon dann später auch zu Crewraumfahrzeugen weiterentwickelt werden könnten. Die Verträge mit Thales Alenia Space und The Exploration Company, die decken die erste Designarbeit ab. Die ESA wird dann bei ihrer nächsten Ministerratstagung Ende 2025 Mittel für spätere Phasen beantragen, mit dem Ziel, dass mindestens ein Fahrzeug bis 2028 einsatzbereit ist. Thales Alenia Space Italy, eines der größten Raumfahrtunternehmen Europas, hat die Struktur der meisten ISS-Module gebaut und baut sowohl die Druckmodule des Cygnus-Raumfrachters als auch der Gateway-Station. Und es ist auch schon die Überleitung, Tarsi, also Thales Alenia Space Italy, bietet eine Kapsel an, die sowohl mit der ISS als auch mit kommerziellen Raumstationen sowie dem Luna Gateway komfortibel sein soll. Die Exploration Company ist wiederum ein deutsch-französisches Startup mit Hauptsitz bei München und arbeitet an der Nix-Raum-Kapsel. Die erste Demonstrationsmission eines Hitzschild-Demonstrators soll dann beim Jungfernflug der Ariane 6 im Juni oder Juli starten. Das eigentliche Raumschiff, das soll diesen Sommer für eine vorläufige Designprüfung bereit sein. Vielleicht erinnert ihr euch noch, aber es gab auch weitere Unternehmen, die Interesse an dem Wettbewerb gekundet hatten. Darunter waren die Ariane Group, die ein wiederverwendbares Fahrzeug namens Susi vorgeschlagen hatte, und die Rocket Ferry Augsburg, die einen Frachtversorger namens Argo angekündigt hatten. Vielleicht eine kurze zeitliche Einordnung. Wir erinnern uns, SpaceX fliegt seit 14 Jahren erfolgreich für die NASA zur ISS. Den Vertrag für den Cargo-Service, den hatte SpaceX Ende 2008 bekommen. Seitdem hat SpaceX laut eigenen Angaben 186 Tonnen Fracht und tausende Experimente zur ISS gebracht. Ja, und der Witz dabei, Europa konnte das mit dem ATV auch mal, aber hat aus dem Programm nichts gemacht. Naja, hoffen wir, dass die europäische Raumfahrt den Zug der Kommerzialisierung noch erwischt. Dass die rein staatliche Raumfahrt keine Zukunft mehr hat, ist den Amerikanern und Chinesen schon seit ein paar Jahren klar. Und dementsprechend groß ist der Vorsprung da. Leider beim ESA-Wettbewerb für Frachtversorgung Leerausgang, die Rocket Factory Augsburg, ja was soll ich sagen, aufstehen, Krönchen richten und weiter ballern. Apropos ballern, es gibt endlich offizielles Bildmaterial vom ersten Hotfire-Test eines gestuften R-Stufenboosters aus Europa. Darüber hatte ich letzte Woche schon berichtet, die RFA hat es aber leider nicht rechtzeitig zum Redaktionsschluss geschafft, mir Material zu geben. Insgesamt wurden vier Helix-Triebwerke nacheinander im Vier-Sekunden-Takt gezündet. Alle Triebwerke liefen gleichzeitig für acht Sekunden, was eine gesamte Testdauer von 20 Sekunden ergibt. Der Testdäffe lief makellos durch Start, Gleichlaufphase und Abschaltung. Damit hat die RFA demonstriert, dass sie ihre erste Stufe und alle Systeme sowie ein Cluster von gestuften Helix-Triebwerken nominal betreiben und steuern kann. Ja und mit Sicherheit wurde eine Menge an Daten generiert und gesammelt, mit denen nach einer Analyse nun weitergearbeitet werden kann. Ein bisschen Luft hat die RFA jetzt sowieso. Die Hotfire-Kampagne muss jetzt erstmal pausiert werden, da in Sex of Out wegen der Vogelbrut bis Ende Juni keine Tests mehr erlaubt sind. Noch nicht orbital, aber suborbital schießt Blue Origin jetzt wieder Menschen über die Grenze zum Weltraum. Diese Woche unter der sechsköpfigen Crew von NS25 der 90-jährige Ed Dwight. Damit wurde er zur ältesten Person, die den Weltraum erreichte, also über die Kaman-Linie. Er löste den bisherigen Rekordhalter, den Star Trek-Schauspieler William Shatner ab, der 2021 neben Jeff Bezos aus dem ersten Crew-Jungfernflug der New Shepard war. Bemerkenswert vielleicht, einer der drei Hauptfallschirme der New Shepard-Rakete entfaltete sich nicht vollständig, als die Kapsel zurück zur Erde sank. Die Kapsel ist aber so konstruiert, dass sie auch an zwei Fallschirmen sicher landen kann. Die FAA gab bekannt, dass das falsche Problem nicht eine Unfalluntersuchung auslösen wird. So eine Untersuchung nach der Explosion eines der Triebwerke auf einem reinen Frachtflug hatte die New Shepard ja über ein Jahr am Boden gehalten. Apropos Starts vergangene Woche. Am 24. Mai wurden Starlings mit einer Falcon 9 vom Kennedy Space Center erfolgreich gestartet. Bereits einen Tag zuvor, 23. Mai, hob eine weitere Falcon 9 mit Starlings von Cape Canaveral ab. Am 22. Mai trug eine Falcon 9 eine geheime Nutzlast für das Pentagon von der Veneberg Space Force Base ins All. Aber nicht nur SpaceX war aktiv. Am 21. Mai, da startete das chinesische X-Pace, die Feststoffrakete Kuaizhu 11 von Jing Kuan. An Bord war unter anderem Wuhan 1. Einen Tag zuvor, am 20. Mai, schickte der staatliche chinesische Startanbieter CST eine langer Marsch 2D von Taichuan. An Bord war bei Jing 3C. Und wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte Rocket Lab mit einer Elektron von Neuseeland mit Prefire 1 den ersten von zwei NASA Infrarotsatelliten gestartet haben. Und wer trägt senkrecht Startanzahl? Genau, die Schutzengel. An dieser Stelle sei allen Menschen gedankt, die diesen Nischenkanal möglich machen und so beitragen, dass das Thema Raumfahrt endlich aus seiner Nische heraustreten kann. Und wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die deutschen Sprachen für Raumfahrt zu beistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Noch die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Am 27. SpaceX Falcon 9 mit Starlings von Cape Canaveral. 28. gleichfalls Falcon 9. Der Earthcare-Satellit der ESA von Vandenberg. Am 29. das chinesische Raketen-Startup Galactic Energy mit einer Ceres 1S. Nutzt das ist mir nicht bekannt. Am 30. Mai Roskosmos liefert mit Progress MS27-Fach zur ISS. Startplatz natürlich Baikonur und Soyuz-Rakete. Auch am 30. Mai langer Marsch 3B von Xi Cheng. An Bord ein Satellit für das pakistanische Militär. Ebenso 30. noch ein Ceres-Start von Galactic Energy von Jing Kwan. Und der Wochenabschluss dann vermutlich am 31. SpaceX-Darlings von Cape Canaveral. Hier noch einmal ein riesen Dankeschön an die Berliner Firma Teufel, die euch heute das Video präsentiert hat. Mein aktives Streaming-Regal-Lautsprecherpaar, die wunderschönen Stereo M2 von Teufel, die findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, ich hoffe die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön sehörig bleiben. Dein Mo.